Und da war es euch mal gemütlich Während der gesamten Fahrt mit dem Geschirr aufrechtsitzen Freunden vielleicht Freunden, die nicht zuhaken Ich gebe was ihm ausgesagt Ich habe auch seine Hand geklebt Schau mal los Schau mal los Schau mal los Fabian Lass aus Seid Sonnen På Beirit Das sieht ja schon ganz gut aus. Das ist wie am Anfang auch schon gar nicht so gut. Ich habe keine Probleme. Sollt ihr euch einfach ein bisschen komisch werden, ist überhaupt kein Problem. Lasst eure Gefühle frei laufen. Sollt ihr euch nicht auf den Fußboden rein, dann werdet ihr zicken. Und es war ganz gut aus. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017